Auf ein Bier, meine Damen und Herren, treffen wir uns heute nicht. Es geht zwar um Bier, aber heute etwas anders. Wie anders, das erschließt sich wahrscheinlich schon ein bisschen, wenn ich erzähle, wer ich bin. Ich heiße Nathalie Stüben, ich bin Journalistin und Unternehmerin. Ich habe eine Online-Plattform gegründet, die heißt Ohne Alkohol mit Nathalie. Mein Team und ich betreiben einen gleichnamigen Podcast und einen YouTube-Channel und wir bieten Online-Programme an für Menschen, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich selbst lebe jetzt seit acht Jahren nüchtern und trinke heute selbstgesprudeltes Sprudelwasser. Was trinkst du, Jochen? Ich trinke fremdgesprudeltes Sprudelwasser und einen Kaffee. Ah, sehr schön. Wie kommt es, dass ich hier bin in Runde 486? Hast du ja schon verkündet, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Warum bin ich heute hier? Warum du heute hier bist, ist tatsächlich eine gute Frage. Und zwar bist du hier a, weil ich keinen Alkohol mehr trinke, b, weil ich darüber reden wollte bei der Gelegenheit tatsächlich, weil wir ja auch mit unserer Community schon seit Beginn dieses Projekts hier relativ eng und transparent umgehen. Und ich dann auch erklären wollte, warum das so ist. Und hauptsächlich natürlich auch, weil als ich vor knapp fünf Wochen aufgehört habe, Alkohol zu trinken, dein Podcast und das Buch, das du geschrieben hast zu deinem Leben ohne Alkohol, mir zumindest in der Anfangszeit, was heißt zumindest, eigentlich bis heute, bin mit den Podcast-Episoden und dem Buch in der Zwischenzeit halt durch, wirklich geholfen haben, so ein bisschen auch einen anderen Blick auf die Abstinenz und auf die Problematik davor zu kriegen. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich was von jemandem gehört oder gelesen habe, der oder die sich mit dem Thema Alkoholabhängigkeit beschäftigt hat, wo ich mich a, wiedergefunden habe in deinen persönlichen Schilderungen, und wie es dir damals mit Alkohol ging und wie schlecht es dir teilweise mit Alkohol ging, als auch wiedergefunden habe, weil du ja auch zum Beispiel so ein bisschen beschreibst, wie du dich lange auch selber drum gedrückt hast um diese Entscheidung, weil so abstinent sein und nüchtern sein bei dir im Hinterkopf immer sowas, in so einer muffigen Turnhalle bei einem anonymen Alkoholiker-Meeting zusammensitzen und alle irgendwie schlecht gelaunt sein, wie man das vielleicht teilweise aus dem Fernsehen kennt. Und du mir tatsächlich so ein bisschen dabei geholfen hast, irgendwie nicht nur den Schritt zu gehen, sondern auch so zu realisieren, warte mal, das Leben danach muss nicht irgendwie nur aus Verbotsschildern bestehen. Das kann auch schon Einhörner und Regenbögen sein. Und so ging es mir dann tatsächlich auch. Also so ein bisschen dabei auch geholfen, diese Schranke im Kopf so wegzukriegen, wenn ich jetzt aufhöre, Alkohol zu trinken. Da habe ich ja gar keinen Spaß mehr im Leben. Und das Gegenteil ist der Fall. Mega. Ja, da gehen wir gleich im Detail noch drauf ein. Mich würde mal interessieren, was kam denn aus der Community für Reaktionen, nachdem du das verkündet hast? Am 21. Juli war es, ne? Das müsste richtig sein in dem Podcast, genau. Es gab natürlich relativ schnell bei uns im Forum, wir haben ja auch eine ganz aktive Community, gab es natürlich direkt mal einen Thread, den jemand aufgemacht hat, der Jochen trinkt kein Alkohol mehr, was ist denn da los? Und da entspannt sich dann auch eine super interessante Diskussion, übrigens so rund um die Begrifflichkeiten, die man dort nehmen sollte, weil ich dann gleich, ohne jetzt großartig das auszuführen, schon mal gesagt habe, mit dem Begriff so nüchtern bleiben oder trockener Alkoholiker oder so, was dann vielleicht auch irgendwie so in die Richtung von Vermutungen ging, bin ich persönlich jetzt nicht so ganz glücklich. Da werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Und dann kam aber sofort auch zum Beispiel jemand, der dann gesagt hat, dass er schon länger über die anonymen Alkoholiker, die ihm halt sehr geholfen haben, ein trockener Alkoholiker ist. Und dann ging so ein bisschen die Diskussion weiter in Richtung Abhängigkeit und Sucht im Allgemeinen, wie das bei uns im Forum oder im Internetforen üblich ist. Ich glaube, die meisten Leute haben gedacht, der Jochen, der hört jetzt halt einfach auf, Alkohol zu trinken, weil er wieder rank und schlank oder fit sein möchte. Ich glaube, dass ich ein Problem mit Alkohol hatte über viele, viele Jahrzehnte, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass das wirklich jemand wusste, vielleicht geahnt hat an der einen oder anderen Stelle, aber gewusst glaube ich nicht. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt diese Entscheidung getroffen hast, keinen Alkohol mehr zu trinken? Das war eine eigentlich, es ist so ein bisschen schwierig zu erzählen, insofern, weil es bei mir jetzt kein Erweckungserlebnis gab. Ich glaube, man hat so aus Funk, Fernsehen, Romanen, Fernsehserien immer so den Eindruck, naja, der Alki, der muss irgendwann mal an den Rock Bottom, an seinen persönlichen Boden kommen, wo er quasi in der Gosse liegt und sich vollgekotzt hat. Und wie du schon sagst, ich glaube, also zumindest in meinem Fall war das Schwachsinn. Ich hatte viel schlimmere Besäufnisse als dieses vor fünf Wochen. Das war lustigerweise an dem Abend, wo wir, wie sage ich, mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM gegen Spanien ausgeschieden sind. Und das habe ich zusammen mit einem guten langjährigen Kumpel geschaut. Und wir haben ein paar Bier dazu getrunken und dann nach dem Ausscheiden noch ein paar Bier mehr. Aber das war ein super lustiger Abend. Das war noch nicht mal ein riesiger Absturz. Ich bin am nächsten Morgen zwar schon verkatert aufgewacht, aber das war weit entfernt von den schlimmsten Katern oder den schlimmsten Abstürzen, die ich in meinem Leben je hinter mir hatte. Und ich war wieder so drauf und habe gedacht, boah, Jochen, das war jetzt wieder mal relativ viel. Wir haben jetzt, ich glaube, das war ein Freitag, wir haben jetzt Samstag. Jetzt trinkst du mal wieder eine Woche nichts. Ja, muss mal wieder ein bisschen weniger trinken. Und dann habe ich natürlich, und du hast das ja auch sehr schön in deinem Buch zum Beispiel beschrieben, das ist das halt, wo ich meine, so ein, ah, endlich versteht mich jemand, als ich das gelesen habe, war ein, wenn du halt an dem Pump bist, wo du halt sagst, jetzt trinke ich mal eine Woche nichts. Und natürlich trinkst du was die Woche. Und sogar wenn du es schaffst, die Woche nichts zu trinken, deine Gedanken drehen sich nur noch dran, wann kann ich denn das nächste Mal wieder was trinken? Ist jetzt eine gute Ausrede, um was zu trinken? Oh yes. Ist heute irgendwas Schlimmes ist passiert? Oder was Tolles ist passiert? Oder irgendetwas ist passiert? Ist das jetzt eine gute Ausrede, diese Woche? Ja, jetzt muss ich doch eigentlich, jetzt habe ich mir doch ein Bier verdient. Jetzt muss ich mir doch ein Bier gönnen. Jetzt brauche ich doch ein Bier zur Entspannung. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, eine Woche nichts zu trinken, weil ich dann bei einem Kumpel zum Grillen eingeladen war und gesagt habe, komm, die Woche machst du jetzt. Und nach zwei oder drei Tagen habe ich dann festgestellt und mir mal wieder, ja, wie jetzt in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren häufiger gesagt, willst du nicht eigentlich lieber ganz aufhören? Aber das hat doch keinen, weißt du, dann ist doch dein Leben, ist doch dann langweilig. Dann kannst du doch all die schönen Sachen, die du gerne machst, kannst du doch nicht mehr machen. Ja, dein ganzer Freundeskreis, die trinken doch alle Alkohol, wenn du das nächste Mal zur Eintracht ins Stadion gehst, ohne Bier, jetzt ernsthaft. Und, 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 und. Und trotzdem habe ich dann irgendwie immer so ein bisschen weiter gegoogelt. Ich habe bei dem Podcast gehört, dass viele Leute irgendwie googeln, bin ich Alkoholiker, ja oder nein? Was hast du gegoogelt? Da war ich schon lang drüber hinweg, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eher sowas gegoogelt, wie ein Leben ohne Alkohol. Ja, also ich war eigentlich auf der Suche nach jemandem wie dir. Ja, ich glaube, ich war jetzt im Nachhinein wirklich auf der Suche nach jemandem, der mir sagt, Leben ohne Alkohol kann eigentlich auch ziemlich geil sein. Und dann bin ich tatsächlich über deine Webseite Ohne Alkohol mit Nathalie, also O-A-M-N, genau, DE gestoßen. Und mein erster Gedanke, als ich da auch gesehen habe, weil wahrscheinlich kam das als Suchergebnis für Leben irgendwie ohne Alkohol oder wie ist das ohne Alkohol? Und mein erster Gedanke war, ach guck mal, die hat, also, sie war selber Alkoholikerin und macht jetzt so ein Programm zur Alkoholentwöhnung mit Leuten. Ah ja, so esoterischer Self-Health-Crap. Ja, das war wirklich so mein erster Gedanke. Ganz ehrlich. Und das ist dieselbe Stimme, die dir sagt, du kannst nicht ohne Alkohol ins Stadion. Und dann war ich aber, bin ich trotzdem nicht gleich gegangen, weil mich halt auch der vermeintliche Self-Health-Crap da natürlich interessiert hat. Und dann bin ich auf deiner Seite zufällig über dein Buch gestoßen, das du geschrieben hast. Und ich sage es ganz ehrlich, hätte da nicht der Aufkleber Spiegel-Bestseller drauf geprankt, ja, so sehr ist man teilweise geprimed. Ja, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ach ja, so ein Buch im Eigenverlag hat sie auch noch geschrieben. Ganz typisch. Und dann habe ich mir aber tatsächlich die Leseprobe runtergeladen von dem Buch auf mein Kindle und habe dann die, tatsächlich nach der Leseprobe mir direkt das Buch gekauft und es an dem Abend noch komplett durchgelesen und am nächsten Tag angefangen, deinen Podcast zu hören. Und da war dann tatsächlich die Entscheidung gereift, das kriege ich auch hin. Geil. Das freut mich. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt schon hier im Podcast drüber rede, dann muss ich auch mit der Frau drüber reden, die mir wahrscheinlich mit am meisten geholfen hat, davon loszukommen. Und jetzt bist du da. Jetzt bin ich hier. Also es freut mich wirklich total, dass wir sprechen. Ich finde es auch sehr spannend, in so zu dieser oder mal ein bisschen was von der Community mitzubekommen. Ich habe dir ja erzählt, mein Bruder ist Capybara, der hat mich schon ein bisschen gebrieft und hat, nachdem du mir die Anfrage geschickt hast, auch geschrieben, direkt zusagen. Mein Bruder ist ein sehr, sehr toller Mann, habe ich sofort zugesagt. Ich finde es so spannend, dass sich so viele Dinge wiederholen. Dieses Wort Alkoholiker, Alkoholikerin, das man für sich so gar nicht verwenden möchte, das war bei mir zum Beispiel ähnlich. Also ich habe mir auch alle möglichen Trinkregeln aufgestellt. Ich habe auch immer mal wieder eine Woche, einen Monat, einmal sogar ein Jahr nicht getrunken, um mir zu beweisen, dass ich ja kein Problem habe, weil die Leute, die ein Problem haben, das sind ja die, die täglich trinken oder die zittern oder so und habe eben auch lange nicht verstanden, dass Alkoholabhängigkeit sich halt entwickelt oder dass Alkoholprobleme sich entwickeln und dass es halt nicht mit zitternden Händen anfängt, sondern dass zitternde Hände ganz am Ende von einer Suchtentwicklung stehen und dass es viele Bereiche davor gibt, in denen es eben auch schon lange problematisch ist, in denen es schon lange auf die Psyche schlägt, in denen es schon lange die Lebensqualität so dermaßen nach unten reißt. Wir erkennen es aber nicht, weil erstens, weil problematischer Konsum so verbreitet ist, dass er uns normal erscheint und weil wir uns mega tolle Geschichten erzählen können, warum wir kein Problem haben, warum das bei uns nicht problematisch ist. Und bei mir war das, du hast mir jetzt zum Beispiel geschrieben, dass du auch dachtest, mit Alkohol besonders kreativ zu sein, war bei mir zum Beispiel ähnlich, war eine meiner Lieblingsausreden. Ich bin ja auch Autorin, ich kann mit Alkohol besonders toll schreiben. Und das war bei dir auch so, oder? Ja, natürlich. Und es ist totale Bullshit, aber es ist so ein Bullshit. Ja, aber es setzt sich fest. Also es war wirklich so, bei mir eine Zeit lang, oder ich muss anders anfangen, ich habe eigentlich immer relativ schnell geschrieben, meine Texte. Da komme ich ursprünglich mal her, dass mir Leute noch, als ich mein Volontariat zum Beispiel gemacht habe, bei einem Magazin in Nürnberg, die Leute gesagt haben, boah, der ist aber schnell fertig geworden, dein Artikel. Ich war eigentlich immer ein Schnellschreiber. Und je mehr Alkohol ich getrunken habe im Laufe des Lebens, und das kommt ja schleichend über Jahre oder Jahrzehnte, desto mehr habe ich mir eingeredet, weil eben Alkohol letztlich, wie wahrscheinlich jede Sucht, jeden Teil deines Lebens letztlich durchdringen möchte. Und einfach sagt, da will ich auch dabei sein. Wie so ein toxischer Kumpel, der dir irgendwie an den Fersen klebt und dich loslassen will, der bei allem dabei sein will. Und dann hat sich das eingeschlichen. Und dann war ich wirklich, ich habe zwei Jahre in Nürnberg, bei einer Zeitschrift GameStar, in München gearbeitet, 2013 bis 2015, meine ich, war das gewesen. Und habe dort als Redakteur angefangen, war später Chefredakteur. Und ich habe dort sehr viele Artikel geschrieben. Also da hat das nicht angefangen. Das versinnbildlich das Ganze nur schön. Und jeden der Artikel, die ich da geschrieben habe, war ich betrunken. Jeder. Also ich glaube, in den zwei Jahren in München war ich jeden Abend betrunken. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich, also vielleicht war es mal einen Tag dazwischen oder zwei, aber normalerweise war ich jeden Tag betrunken. Und die ganzen Artikel haben eigentlich damit angefangen, dass ich abends irgendwann um acht oder so, und dann hatte ich vielleicht schon unter anderem mit André, mit dem ich jetzt hier den Podcast zusammen mache und die Firma zusammen gegründet habe, vielleicht vorher schon ein Bier oder zwei getrunken. Ja, aber für ein Bier oder zwei bin ich ja abends nicht weggegangen. Das war ja sozusagen das Vorglühen. Und dann habe ich mich daheim hingesetzt und dann hatte ich meinen blinkenden Word-Cursor auf einer weißen Seite. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und da habe ich vielleicht vier oder fünf Bier dabei noch weiter getrunken oder vielleicht sogar noch mehr. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und hatte einen fertigen Artikel. Und da musste ich jetzt nur noch den Krempel rausstreichen, der dann im vollgesoffenen Kopf vielleicht ein bisschen zu pathetisch war und ein bisschen zu emotional und ein bisschen, oh, okay, zu drüber. Ja, den mussten wir wegnehmen. Aber jeder dieser Artikel war halt ein Krampf, den zu schreiben. Echt ein Krampf. Ich habe irgendwann mir angewöhnt, über jede einzelne Formulierung zu brüten. Ja, so als wäre ich James Choice und würde hier Ulysses schreiben. Ja, oder Hemingway. Ich habe einen verdammten Spieletest geschrieben. Ja, natürlich. Auch die kann man gut schreiben und die kann man kreativ schreiben. Aber das hier ist nicht das Goethe-Institut. Und ich habe mir halt eingegangen, ja, aber das ist wichtig und so weiter. Und letztlich war es halt ausschließlich die Sucht, die gesagt hat, hier docke ich mich dran wie so ein Parasit. Ja, hier werde ich genährt und ich rede dir dabei ein, dann bist du doch unheimlich kreativ und so weiter. Und letztlich hat das aus etwas, was ich gerne gemacht habe, so bin ich überhaupt in die Branche gekommen, weil ich gerne geschrieben habe, etwas gemacht, was ich gehasst habe. Ich habe dann irgendwann diesen alten Satz immer gerne gesagt, ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es, geschrieben zu haben. Und das war bei mir früher nicht so. Ich hatte kein Problem mit dem kreativen Prozess an sich. Das kam erst, als er durch den Alkohol immer und immer schwieriger geworden ist. Boah, ist das interessant, dass du das sagst, weil das ist bei mir tatsächlich auch zurückgekehrt. Diese Flow-Momente und diese Freude am eigentlichen Schreiben. Aber ich erinnere mich daran zurück, also ich saß da auch und habe journalistische Texte geschrieben, nur dass ich Wein getrunken habe währenddessen und am nächsten Tag nicht rausstreichen musste, sondern wirklich komplett neu schreiben musste, weil es einfach so schlecht war. Aber für mich, ich konnte, das ist wirklich interessant, für mich war das richtig Arbeit. Und mittlerweile ist das wieder Freude, was es halt eben oft auch war vorher. Spannend. Ja, also exakt so ist es bei mir. Ich meine, jetzt schreibe ich natürlich weniger, weil ich den Podcast habe. Aber wenn ich Dinge schreibe, dann sind sie viel weniger Arbeit. Und ich meine, das geht ja, das wirst du auch noch kennen, bis in kleinere Sachen rein. Wenn du fürchterlich verkatert aufwachst, weil du dir am letzten Tag zwei Flaschen Wein reingekippt hast oder acht große Bier oder was weiß ich was, dann tut auch jede E-Mail weh. Oh ja. Und wenn du dann noch irgendwie einen kreativen Text schreiben sollst, dann fährt das mal so ein. Ja. Ich habe mal für die Weiß einen Artikel geschrieben. Und dann ging es irgendwie darum, ob irgendjemand sagte dann, hey, du kannst doch so eine Kolumne denen anbieten. Und dann habe ich anscheinend nachts an einen Redakteur diesen Vorschlag mit der Kolumne geschickt, mit einer Rechnung für einen Artikel, den ich eingereicht hatte. und am nächsten Tag habe ich die E-Mail noch mal geschrieben. Oh. Oh mein Gott. Daran erinnere ich mich gerade. Das war ganz, ganz tief vergraben. Und dann schrieb er nur so, ja, weil die Rechnung hast du mir doch gestern geschickt. Oh mein Gott. Und halt, also eine ganz ähnliche Mail, nur halt doch noch mal anders formuliert. Also es war halt auch ganz offensichtlich nicht so, dass ich die aus Versehen zweimal verschickt habe. Oh Gott. Ja, diese Tage, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und feststellt, man hat in den Stunden, an die man sich kaum noch oder gar nicht mehr erinnern kann, noch telefoniert oder Mails geschrieben oder irgendwo war auf Social Media unterwegs oder sonst irgendwas und dann so, oh nein. Da kamen bei mir dann die pathetischen Texte auf Facebook, wo ich dann Hermann Hesse zieht. Alle ganz allein und so. Ja, also wirklich auch mega, mega peinlich, was ich da an den nächsten Morgen beziehungsweise Mittagen teilweise gelöscht habe und dachte, das kann ich dein Ernst gewesen sein. Aber dann waren wir ja ganz, ich bin so froh gewesen immer, dass ich, dass ich kein, ich bin, wenn ich betrunken bin oder war, bin ich eigentlich immer eher so ein sentimentaler Typ und ich war immer so froh, dass ich nicht wütend werde. Es gibt ja Leute, die werden ärgerlich, wenn sie betrunken. Also ich habe dann wenigstens nur sentimentalen Nonsens gepostet. Das hat mich, das war zwar peinlich genug, aber das, es hätte schlimmer ausgehen können. Du hast mir ja bei deiner Anfrage geschickt, ja bezeichnenderweise heißt mein Podcast auch auf ein Bier, wie das so ist bei Menschen, die überall Gründe finden, Alkohol trinken zu können. Und lustigerweise, als ich das gelesen habe, auf der Journalistenschule geht es ja auch manchmal um Formatentwicklung und so. Und sobald es da auch darum ging, hey, voll das coole Konzept, wir treffen uns und trinken und dann reden wir über Thema X, dachte ich, geil, will ich auf jeden Fall mitmachen. Mega Konzept. Und das war ja bei uns, also die Hörerinnen und Hörer werden es wissen, das ist wirklich, weil André, mein genialer oder mein genialer Co-Partner, so muss ich sagen, damit ich mich nicht selber lobe und ich, wir haben damals in München bei der Zeitung oder Zeitschrift, wo ich vorher erzählt habe, wo ich jeden Abend betrunken war, wenn ich ehrlich bin, haben wir uns kennengelernt und zusammen gearbeitet und wir sind halt gerne abends in unsere Stammkneipe gegangen und haben dort ein Bier oder zwei oder maximal drei, André ist jetzt nicht der große Biertrinker, ich habe dann halt einfach daheim noch weiter getrunken und haben uns dort getroffen und haben halt über Spiele geredet. Daraus ist dieser Podcast entstanden, wir treffen uns, weil ich dann weggezogen bin und André noch in München weitergearbeitet hat eine Zeit lang und damit wir diese schöne, auch die Freundschaft aufrechterhalten können, natürlich die schöne Tradition, haben wir dann einfach einen Podcast draus gemacht, aus dem dann dieses Projekt hier erwachsen ist, aber im Nachhinein guckt man natürlich schon drauf, ich meine, natürlich haben wir uns abends auf ein Bier getroffen, wir hätten uns auch auf ein Eis treffen können oder auf einen Kaffee oder auf einen Milchshake oder auf tausend Sachen, aber natürlich will sich der Alkoholiker auf ein Bier treffen. Ja und natürlich, du hast eben vom Alkohol als toxischem Kumpel gesprochen und das trifft es einfach so sehr, weil der Alkohol dir immer wieder suggeriert, eigentlich ist es nur schön mit mir, das stimmt aber nicht, eigentlich ist es schön mit André, eigentlich ist es schön, diese Gespräche zu führen, nur je stärker sich das dann in Richtung Sucht bewegt, desto mehr drängt sich halt der Alkohol in den Vordergrund, bestimmt deine Gedanken und flüstert dir so ein, nee, eigentlich ist es schön, weil du ein Bier trinkst und das fängst du halt an zu glauben. Ja, unbedingt und vor allem, es geht ja finde ich sogar noch einen perfideren Schritt weiter, irgendwann stehst du da und dann würde es jetzt zum Beispiel, da hat es jetzt hier die räumliche Trennung, natürlich einfach bei André und mir jetzt gemacht, weil gar nicht die Situation entstanden ist, aber irgendwann sagst du, sagt dann der Alkohol zu dir, warum triffst du dich eigentlich immer noch mit dem Typen, mit dem du nur ein Bier trinken kannst? Ja, triff dich doch lieber gleich, triff dich doch lieber gleich mit einem deiner Saufkumpanen, mit denen du viel blödere Gespräche hast, und mit dem kannst du acht Bier trinken. Ja, ja, das ist echt krass, der übernimmt nach und nach wirklich die Kontrolle, auch so über die Alltagsplanung, über die berufliche Planung, der, das ist wie so ein Krake, der nach und nach alles durchdringt, das hast du ja eben auch schon mal erwähnt, also das ist wirklich irre und das passiert halt so langsam, dass wir das oft gar nicht mitbekommen, beziehungsweise rückblickend dann so erkennen, ah ja stimmt, da auch, da auch, da auch, da auch. Genau, und also im Englischen gibt es ja diesen Ausdruck Boiling a Frog, also diesen, dass man ja einen Frosch, der ja kaltblütig eigentlich ist, einfach so lange erwärmt, bis er einen Hitzetod stirbt, ohne dass er es merkt, weil es einfach die Erwärmung so langsam ging, dass der Frosch überhaupt nichts davon mitkriegt, bis er tot ist. Und so ein bisschen so ähnlich funktioniert, finde ich, der Alkohol. Also ich meine, du kannst dir, ein kleines Bild. Man kann ja noch nicht mal sagen, also ich könnte nicht sagen, ab dem Punkt hatte ich ein Alkoholproblem, ab dem Punkt war ich Alkoholiker. Es gibt nicht den einen Punkt, ich könnte noch nicht mal das Ja irgendwie festmachen. Nee, nee, Es ist einfach, du fängst an, als bei mir war es so, ich glaube, ich habe mit 14 mich zum ersten Mal schwer betrunken mit einem Kumpel zusammen und dann spätestens so mit 16, 17 haben wir uns eigentlich jedes Wochenende sind wir halt, das war halt auch noch eine Generation, da bist du jedes Wochenende mit 16, 17 in die Kneipe gegangen und hast viele Biere getrunken und das war normal. Und irgendwann eines schönen Tages, ob jetzt nach 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, ich glaube, da ist jede Geschichte unterschiedlich, wachst du auf und stellst fest, ich bin abhängig von dem Krempel. Ja und das ist echt interessant, also es gibt ja so ein paar Missverständnisse, die in unseren Köpfen so rumgeistern. Einmal dieses, wir müssen rock bottom erreichen, also wir müssen ganz am Boden liegen, um irgendwie das zu schaffen, zu dürfen, mit dem Trinken aufzuhören. Es ist dieses, ja, wann bist du denn süchtig geworden? Wie oft ich diese Frage gestellt bekomme, auch in Interviews, und ich immer, tja, also ich kann das nicht festmachen an einem bestimmten Tag, weil sich das eben so entwickelt. Es ist dieses, du musst dich dann dein Leben lang Alkoholiker oder Alkoholikerin nennen, das stimmt auch nicht. Und es ist eben auch so dieses, ja, du bist erst süchtig, wenn die, wenn deine Hände zittern. Es ist halt auch Bullshit. Und es ist auch, und das finde ich nämlich auch ganz interessant, dieses, naja, wenn du süchtig bist, dann hast du ja eigentlich ein viel größeres, schwerwiegenderes Problem, das so dahinter liegt, und Sucht ist nur ein Symptom, halte ich auch für eine ganz, ganz schwierige Aussage, die so nicht stimmt, weil bei Sucht halt so viel reinspielt. Ich glaube generell, es werden halt zu viele generalisierte Aussagen getroffen. Aber meines Wissens nach gibt es da einfach nicht so eine One-Size-Fits-All-Erklärung. Im Gegenteil, die Wissenschaft weiß ja noch nicht mal so wirklich und ist sich einig darüber, über was wir überhaupt als Sucht definieren. Wir hatten das neulich erst oder neulich vor zwei, drei Jahren oder so, wo André eine Podcast-Reihe gemacht hat mit einem Psychologen zusammen, weil die Videospielsucht in dieses, als klinische Definition anerkannt wurde. Ins ICD. Genau. Und die Hälfte der Psychiater und Psychologen ist der Meinung, das ist Bullshit, die da reinzuschreiben. Das ist keine klinische Diagnose und die andere Hälfte sagt doch. Ja, und das ist so ein schönes Beispiel. Selbst die Wissenschaft ist sich nicht einig, was Sucht eigentlich ist. Ja, also das Interessante auf den Suchtkongressen ist halt du, wenn solche Diagnose-Kriterien entstehen, da fangen sie dann halt an zu diskutieren, okay, was ist so ein Kriterium? Ich habe das jetzt gerade mit der Shopping-Sucht zum Beispiel erlebt. Die meisten Menschen, die shoppingsüchtig sind, geraten irgendwann in eine Verschuldung. Es kann aber natürlich sein, dass jemand super reich auf die Welt gekommen ist, der nie in eine Verschuldung geraten wird. Dann fällt dieses Diagnose-Kriterium für den weg. So ist das dann noch, kann man das dann noch so reinschreiben? Also das sind dann halt solche Überlegungen, die bei der Erstellung solcher Diagnose-Kriterien praktisch gemacht werden, um dann zu gucken, wie können wir diese Kriterien so festlegen, dass sie wiederholbar sind, dass egal welcher Psychologe oder welche Psychiaterin da jetzt sitzt, immer wieder dieselbe Diagnose gestellt würde. Und bei der Online-Spielsucht kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber es steht ja außer Frage, dass auch dieses Verhalten in eine, ich sag mal so extreme Weise sich entwickeln kann, dass es einfach wahnsinnig viel Leid verursacht, dass es irgendwann eben auch dein Leben durchdringt und dich von deinen sozialen Beziehungen abhält und so weiter. Also schlussendlich ist das ja auch mit Sport möglich oder mit Arbeit, also mit Dingen, die per sie erstmal was Gutes sind. Genau. Oder es ist auch, wenn wir uns zum Beispiel jetzt die ganze, die ganze gesellschaftliche Problematik mit Übergewicht angucken, würden wir hingehen und sagen, die Leute sind zuckersüchtig? Oder ist es eine Sucht? Interessante Diskussion. Ja, aber ist es eine Sucht oder ist es falsche Essgewohnheit oder ist es auch da, wird es Menschen geben, die vielleicht essen, um ein Trauma zu bewältigen, ich glaube, du selber hast ja auch als jüngerer Mensch eine Essstörung gehabt, hast du, glaube ich, mal erzählt im Podcast. Da wird es ja tausend, auch da wieder, ab wann beginnt die Sucht? Ja, hattest du eine, hattest du, wenn du dich jetzt erbrochen hast, warst du brechsüchtig oder hattest du eine Essstörung? Wo ist die Sucht? Wo ist die Erkrankung? Wir sind uns ja selber nicht wirklich bei vielen von den Sachen sicher, wie wir die Kriterien hinkriegen, oder? Aber wo, und das ist eben das Interessante, was halt bei diesem, beim Thema Übergewicht schon auch stimmt, ich höre einen Podcast mit einem Ernährungsmediziner, den ich ganz cool finde, Matthias Riedl heißt der, und der ist so, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, um die 60 oder so, und der sagte, als ich ein junger Arzt war, stand in meinen Lehrbüchern, Diabetes Typ 2 ist eine ganz, ganz seltene Erkrankung, werden Sie wahrscheinlich selten zu Gesicht bekommen. Und jetzt ist das wirklich omnipräsent. Und das ist etwas, was beim Alkohol ähnlich ist, das liegt auch daran, dass die Ernährungsindustrie eben Produkte kreieren darf und sie krass vermarkten darf, dass es schwierig ist, sich dem zu entziehen. Und deswegen spielt Umfeld bei einer Suchtentwicklung eben eine riesengroße Rolle. Und um nochmal zurück zu dieser Traumafrage, oder ja, da steckt irgendetwas Großes dahinter, oder eigentlich steckt irgendeine andere psychische Erkrankung dahinter. Das kann natürlich der Fall sein. Verletzter Selbstwert kann auch oft dahinter stehen. Aber was mich an dieser Erklärung vor allem stört, ist, dass es ausklammert, dass ganz viel auch über Gewohnheit geht. Und dass es eben ausklammert, dass wir in einem Umfeld leben, in dem es so normal ist, zu trinken. Und so normal ist, viel zu trinken, dass es die Menschen, die zum Beispiel von ihrer genetischen Disposition aus viel vertragen, wie du ganz offensichtlich, wie ich damals, so dahin treibt. Also das ist ein Riesenfaktor, in was für Ländern wir groß werden. Wie gut es unsere Politik auch hinbekommt, uns zu schützen. Und da geht es nicht um Verbote, da geht es nur um sowas wie, müssen wir so krasse Marketingmaßnahmen zulassen, wie jetzt zur EM unter jedem Kronkorken ein Gewinnspiel und irgendwie Rabattaktionen, die dazu führen, dass du immer mit drei Stilzpacks rausgehst und nicht mit einem und so. Das sind halt Dinge, die so ein Klima beeinflussen und die auch eine Suchtentwicklung beeinflussen. Klar. Und die auch dazu beitragen, dass dann in solchen Ländern wie in Deutschland einfach wirklich viele Menschen ein Problem damit bekommen. Ja, und keine Frage, ich meine, ich hatte und habe jetzt, also jetzt trinken wir nichts mehr, zumindest ich nicht im Podcast und andere trinken ja auch nicht mehr viel. Also das hat abgenommen. Aber ich meine, die Bierindustrie hätte sich keinen besseren Podcast als unseren wünschen können. Wir haben, ohne dass wir dafür bezahlt worden sind, jahrelang einmal in der Woche irgendein alkoholisches Getränk konsumiert und haben über Bier dabei gesprochen. Einfach, weil das auch immer meine Perspektive war. Jetzt erst seit ich aufgehört habe, ein paar Wochen vergangen sind, gucke ich da so zurück und denke mir, wie naiv und blind warst du denn beim Thema Alkohol über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Ja, weil man will sich ja vielleicht auch das eigene Plaisir nicht schlechtreden. Ich würde jetzt im Gotteswillen nicht sagen Alkohol. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht da draußen, meine lieben Leute. Ich will nicht Alkohol verbieten. Ich will nicht jemandem sein abendliches Bier oder auch seine Fünf, wenn er das möchte. Jeder soll trinken, was er will. Ich will jetzt hier nicht einen Kreuzzug gegen den Alkohol starten. Aber es ist schon, wenn man sich dann überlegt, ja, wie normal das auch in Deutschland ist, dass ich halt einen Podcast mache und wir machen uns ein Bier auf und reden über Spiele und wie normal es ist, wenn du abends im Biergarten sitzt und dann trinkst du vielleicht dein neuntes großes Bier, weil die Leute um dich rum auch das neunte bestellt haben. Und, und, und. Und dann werden aber gleichzeitig eben diese Diskussionen geführt, na, wo kommt denn diese Sucht her? Und jetzt stehe ich da und denke mir, na ja, wenn wir einer ganzen Gesellschaft, wenn wir so viele Mengen, wenn wir über die Mengen an Alkohol reden, die hier pro Kopf immer noch konsumiert werden, auch wenn es, glaube ich, leicht rückläufig ist inzwischen, ja, wenn du so viel eines Giftes, das Hardcore körperlich und psychisch abhängig macht, wie Alkohol in eine Gesellschaft kippst, dann wirst du halt auch viele Abhängige haben. Richtig, richtig. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und es ist zwar rückgängig oder rückläufig, ich glaube, wir konsumieren aktuell im Schnitt rund zehn Liter Reinalkohol im Schnitt, ne? Da sind ja auch Leute wie du und ich drin, die nicht mehr trinken. Und zehn Liter Reinalkohol entsprechen über zwei Flaschen Wodka im Monat. Pro Kopf. Das ist viel. Und das ist immer noch viel. Und selbst wenn das rückläufig ist, ist das im Verhältnis zur restlichen Welt, wo es bei fünf Komma irgendwas liegt und im Verhältnis zu Europa echt immer noch einfach eine Spitzenposition. Aber das Krasse ist dann, wenn du dann zu denen gehörst, zumindest in meinem Kopf jetzt, ich sage nicht, alle Leute denken so, aber in meinem Kopf war es dann so, also das wurde dann erfolgreich sozusagen dort reingebracht. Und ja nicht nur in meinem, habe ich jetzt auch in deinem Podcast aus den Gästen, die du dort hast, oder auch aus deinen Schilderungen entnommen und auch von anderen Büchern, Podcasts, die ich in der Zwischenzeit gehört habe, ist dann dieses Bild drin, wenn du dann zu denen gehörst, die irgendwann eine Abhängigkeit entwickeln, dann steht eine Gesellschaft, zumindest gefühlt da und sagt, wenn du deinen Konsum nicht im Griff hast, selbst schuld, oder ach komm, die paar Bier, die werden schon nicht schaden. Aber so diese Realisierung, wenn ich halt das eine mache, wird das andere dabei rauskommen, ja, dass ich dann sozusagen halt automatisch diese Opfer in Kauf nehme. Und man wird bestimmt auch, glaube ich, ein Argument aufmachen können, dass es vielleicht sogar insgesamt für eine Gesellschaft nicht blöd ist, wenn sie sich eine einzige Droge gestattet, sozusagen. Ja, das wird auch positive Seiten am Ende des Tages gesamtgesellschaftlich haben. Welche denn? Welche denn? Dass sie still werden, dass sie... Ich könnte mir schon vorstellen, dass für die Menschen, die halt Alkohol so konsumieren können, ohne in eine Abhängigkeit zu geraten, das auch schon hilfreich sein kann. Um mal runterzukommen, weil du abends ein Bier oder ein Glas Wein mit Kumpels trinken kannst. Das kann ja auch schön sein, glaube ich, wenn du nicht gerade die Sucht erwischst. Ich habe ja gerade mein zweites Buch geschrieben, Frauen und Alkohol, mit einem der renommiertesten Suchtforscher Deutschlands, Falk Kiefer. Okay. Und zudem meinte ich, ja, in der Wissenschaft ist es doch so, dass man immer noch darüber diskutiert, ist es nur eine Frage der Zeit und der Menge, bis Menschen abhängig werden, oder ist es tatsächlich, gibt es Menschen, die nicht abhängig werden? Und er meinte, wer Alkohol konsumiert, bei dem ist es eine Frage der Menge und der Zeit. Und das ist halt echt interessant, weil Alkohol halt deine Hirnchemie verändert. Niemand ist sicher, der Alkohol konsumiert. Sicher bist du, wenn du zum Beispiel, oder was heißt relativ sicher, bist du, wenn du zum Beispiel so krass auf Alkohol reagierst, dass dir nach einem Glas super übel wird, dass du so Flasches kriegst oder so, aber nur deshalb, weil du dann wahrscheinlich eher keinen Alkohol trinkst oder wenig Alkohol. Und da dachte ich echt auch, aha, interessant, interessant. Es ist, das ist wirklich ein, da sind wir wieder bei den Märchen, es ist keine Charakterfrage, es ist keine Typfrage. Aber es gibt natürlich Faktoren, die das begünstigen, zum Beispiel eben sowas wie eine genetische Disposition, die dazu führt, dass du super viel verträgst, weil wenn du super viel verträgst, trinkst du im Zweifel auch mehr und dann geht das natürlich schneller. Und das wird ja auch noch gesellschaftlich sozusagen gefördert. Ich kann mich noch daran erinnern, ob ich jetzt als Jugendlicher oder jetzt bis in die, bis in meine 40er Jahre hinein, in der Klientel, in der Alkohol konsumiert wird, ist es cool, wenn du viel verträgst. Und das wäre jetzt eher so gewesen, für wenig vertragen, wäre in meiner Jugend sowas gewesen als Urteil, der verträgt ja nichts, wäre ungefähr sowas gewesen wie, ohne dass ich, ich paraphrasiere jetzt nicht, dass ich selber abwerten meine, wie der ist ja schwul. Ja, ja, das, klar. Und das sind alles, das sind alles Sachen, also dieses, wir werden dazu animiert, aber wenn du ein Problem kriegst, dann stehst du praktisch alleine mit da, weil dann bist du es ja selbst schuld. Oder, dass es cool ist, einen Podcast auf ein Bier zu nennen und so, das sind alles so Sachen. Da steht die Alkoholindustrie und klopft sich auf die Schulter und denkt, das haben wir richtig gut gemacht. Ja, klar. Und was ich ja auch super in deiner Erzählung fand, das wollte ich hier auch nochmal wiedergeben, weil es hier super reinpasst und weil es auch für mich so ein bisschen Augenöffner war. Du erzählst von einer älteren Frau in deinem Podcast ab und zu, die jeden Abend ein Glas Bier getrunken hat, die anscheinend in deinem Programm war oder du dich mit ihr getroffen hast. Nee. Oder du von ihr erzählt hast oder sie getroffen hast oder erzählt bekommen hast? Nee, ich war ja einmal bei den anonymen Alkoholikern. Ah, da war die. Bei einem Meeting, da war ich zwei Wochen nüchtern, da war die. Okay, und das finde ich so eine spannende Geschichte, weil die jeden Abend ein einziges Glas Bier, wo ich jetzt, weißt du, vor ein paar Wochen, als ich angefangen habe, den Podcast zu hören, hätte ich die erste Reaktion, wenn die Frau kein Alkoholproblem haben, mit einem Glas Bier. Oh, und wie sehr habe ich mir das gewünscht, eine halbe am Abend und das war's. Ja, das ist doch super. Aber dann erzähl du mal weiter, weil die Story ist einfach, finde ich, groß und die zeigt halt, es kommt nicht auf die Menge an. Genau. Diese Frau hat jeden Abend eben eine halbe getrunken, also einen halben Liter. In Bayern nennt man das eine halbe. Und jeden, und das ist eben das Interessante und das zeigt, warum es bei Alkoholproblemen nicht auf die Menge ankommt oder nur in zweiter Linie auf die Menge. Jeden Tag oder jeden Morgen hat sich diese Frau vorgenommen, heute Abend trinke ich dieses Bier nicht. und jeden Vormittag ging so diese innere Diskussion los, vielleicht doch, weil heute war ja doch besonders stressig und so. Und jeden Abend hat sie dann diese halbe doch wieder getrunken, ist doch wieder in die Knie gegangen. Und das ist auch Abhängigkeit, psychische Abhängigkeit. wenn du immer wieder ein Riesenverlangen hast zu trinken und wenn du eben keine, wenn du die Kontrolle verlierst sozusagen. Kontrolle verlieren kann sich so auswirken wie bei mir. Bei mir war es zum Beispiel so, ich konnte durchaus tagelang nichts trinken oder eben wie du auch lange mal eine Woche nicht oder so ganz zum Schluss waren. Sogar ganz zum Schluss, als ich echt tief drin hing, konnte ich drei bis vier Tage mal nüchtern leben. Aber, und das ist, das war bei mir der Kontrollverlust, wenn ich einmal so angefangen habe, habe ich kein Ende gefunden. Dann habe ich bis zum Blackout getrunken. Zumindest in den allermeisten Fällen. Das ist Kontrollverlust. Kontrollverlust kann aber eben wirklich auch sein. Ich will heute Abend nicht trinken und trinke doch ein Glas. Oder immer wieder. Ich nehme mir immer wieder vor, heute Abend trinke ich nicht und trinke dann doch dieses eine Glas. Oder heute Abend trinke ich wirklich nur dieses eine Glas und dann werden es aber doch immer wieder zwei oder drei. ist genauso Kontrollverlust. Und diese beiden Kriterien, dieser Kontrollverlust und dieses sogenannte Craving, also das Suchtverlangen, das Verlangen, Alkohol zu trinken und nichts anderes ist gerade schön, außer Alkohol zu trinken, das sind so die beiden Kernkriterien für eine psychische Abhängigkeit. Und das war zum Beispiel für mich auch ein Augenöffner-Sondergleichen, dass ich dachte, das erklärt so viel. Ich war halt so abhängig. Ich war halt nur noch nicht körperlich abhängig. Ja, quasi eins zu eins, wie es bei mir gewesen ist und was dann eben auch so ein bisschen so der Augenöffner war, weil ich habe mir ja auch immer eingeredet, jetzt hast du zwei Tage gar nichts getrunken, ja, also wachst morgens nicht auf. Ja, ich habe sowieso nie morgens getrunken oder vormittags getrunken, ja, um auf Touren zu kommen. Aber ich meine, das sind ja wirklich Menschen im Endstadium einer Erkrankung, wenn wir so wollen. und nicht die Norm, weil die Norm sind die, die wie wir beide psychisch abhängig gewesen sind. Und dann ist es wirklich so und dann stehst du auf und dann hast du zwar oder hast zwei Tage nichts getrunken, aber wie oft ich in diesen zwei Tagen an Alkohol gedacht habe, also wie sehr das letztlich lebens- und gedankenbestimmend ist, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber wenn du heute nicht trinkst, wann trinkst du denn dann wieder? Und sobald ich dann wieder getrunken habe, war es halt genau, wie du das beschreibst. Also ein Bierjochen wollte immer zwei Bierjochen werden und zwei Bierjochen wollte immer drei Bierjochen werden. Und irgendwann war, war irgendwann entweder acht Bierjochen so müde, dass er ins Bett gegangen ist oder zehn Bierjochen kann sich nicht mehr erinnern. So ungefähr. Und ich habe jetzt auch bis zum Schluss immer mal wieder einen Tag oder zwei Tage, vielleicht sogar mal ein bisschen länger dazwischen gehabt. Aber ich habe dann auch gemerkt, weißt du, je mehr ich versuche, den Konsum zu kontrollieren und dann schaffe ich es hier einen Tag und da einen Tag, desto mehr entgleist er an den Tagen, wo ich ihn nicht kontrolliere. Wo ich sage, heute darf ich dann sozusagen mal wieder. Und bei mir, und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt gesagt habe, ich will darüber auch hier reden, ist das halt auch jetzt in den letzten Jahren. Ich meine, unser Projekt jetzt hauptberuflich gibt es seit 2016, also echt schon eine ganze Weile. Und ich habe das komplette Projekt über viel zu viel getrunken. Am Anfang kam da natürlich noch so ein bisschen eine Euphorie dazu, dass das Projekt so gut lief, was es wahrscheinlich ein bisschen kaschiert hat. Dann war ich da halt auch noch acht Jahre jünger. Auch das Alter wirkt sich natürlich irgendwann ein bisschen auf die Konstitution aus. Und jetzt wirklich die ganzen letzten Jahre. Ich habe ja mal eine Auszeit, Anfang von Corona, gemacht hier aus dem Projekt für ein Dreivierteljahr, weil ich wirklich ziemlich am Ende gewesen bin zu der Zeit, weil ich A, viel zu viel getrunken habe, B, dann noch andere Sachen dazu kamen, die jetzt auch, ich will nicht sagen, da war jetzt nicht der Podcast oder die Community oder sonst was schuld, sondern ich war halt in der Situation, da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, Alkohol löst ja auch in dir, gerade wenn du ihn missbrauchst, gerne mal so dieses, die ganze Welt ist gegen mich und so deprimierende Stimmung und Selbstgefälligkeit und dieses Selbstmitleid. Und dann kommst du in eine beschissene Spirale und dann habe ich irgendwann wirklich gemerkt, dass ich anfange, Panikattacken zu kriegen, nicht so schlimm, wie das viele Leute haben und bin dann irgendwann bei meinem Hausarzt tatsächlich gelandet, den ich Gott sei Dank seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir haben früher zusammen Fußball gespielt und habe dem gesagt, du, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich suizidal bin, aber ich bin an dem Punkt, wo ich mir Sorgen mache, dass ich an den Punkt kommen könnte. Wow. Und dann hat er halt sozusagen mich in so eine psychosomatische Ambulanz geschickt und der hat das echt super gemacht, also an der Stelle top. Und ich hatte dann auch gesagt, du nimmst dir hier jetzt von der Sache irgendwie eine Auszeit. Das habe ich natürlich alles jetzt nicht an die große Glocke gehängt, weil was habe ich natürlich nicht aufgehört? Ja klar, natürlich. Das ist aber auch so typisch, dieses, ich optimiere an allen anderen Stellen rum. Also ich erreiche auch ganz, ganz viele Frauen und da, wie oft ich das höre, ich habe Yoga gemacht, ich habe mich coachen lassen, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe angefangen zu meditieren und ich weiß nicht was, aber die Sache, die es eigentlich zuallererst anzugucken galt, die wurde halt nicht angeschaut. Der Alkohol nämlich. Genau, genau. Und ich habe es jetzt, ich habe es auch in meinem Leben zweimal geschafft, von Nikotin wegzukommen. Für lange, für längere Zeit, also länger als ein Jahr. Warum zweimal? Ja, du hältst. Ja, weil natürlich der Alkohol immer wieder dafür gesorgt hat, früher oder später, dass der Rückfall kam. Jetzt hoffe ich, dass es das jetzt endgültig auch mit dem Nikotin gewesen ist. Aber was ich so krass fand, ist, als ich aufgehört hatte, Alkohol zu trinken, war, wie blind ich auf dem Auge war. Ich stand dann irgendwann da, Jochen, du Vollidiot, du hast doch bei Zigaretten exakt dasselbe gehabt. Exakt dasselbe. Aber dieses erst sich nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, morgens aufwachen und keine Kippe rauchen, Kaffee trinken, keine Kippe rauchen, gutes Abendessen, keine Zigarette rauchen und so weiter. Das ist doch kein Leben, das ist doch kein Genuss. Und dann hast du aufgehört und hast festgestellt, was das für ein Bullshit ist. Natürlich ist es sogar viel mehr Genuss, als es das gewesen ist. Und beim Alkohol, obwohl ich es selber mit einer anderen Droge gemacht habe, habe ich es nicht gesehen. Ja, ja. Ja, kann ich alles gut verstehen. Das finde ich ganz interessant, dass du sagst, ich habe das nicht gesehen. Jetzt mal so rückblickend betrachtet, wenn du diese letzten Jahre dir anschaust, was siehst du denn jetzt, was der Alkohol so mit dir gemacht hat und mit deinem Projekt auch gemacht hat? Ich will nicht sagen vernichtet, weil ich glaube, ich habe noch, oder ich hoffe, ich habe rechtzeitig die Reißleine noch gezogen, aber war, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, mich zumindest körperlich und wahrscheinlich auch psychisch kaputt zu kriegen. Weil der Alkohol ist auch ein sehr geduldiger, toxischer Freund. Der hat Zeit. Und ich glaube auch, er hätte früher oder später hätte auch dieses Projekt in der einen oder anderen Form kaputt bekommen. Die letzten, ich würde jetzt sagen, die letzten zwei Jahre oder so, die waren verhältnismäßig noch okay in dem Sinne, dass ich, wie gesagt, auch ab und zu mal nüchtern war. Aber ich war an keinem, an keinem guten Ort. Und das hat natürlich immer wieder zu Reibereien, jetzt insbesondere mit André, geführt, weil der halt alles sozusagen auffangen musste, was, was einfach liegen geblieben ist. Und ich glaube, ich glaube, das ist was, wo ich jetzt auch drauf gucke und denke, auch da wieder, nee, andere Leute leben so nicht, wie ich jahrelang gelebt habe. Ich hielt das ja für völlig normal. Ich habe mich ja immer gefragt, was sind das für Leute, die morgens schon einkaufen gehen? Ja, ich bin halt einfach eine Nachteule oder sonst irgendwelche. Ja, alles, alle Erklärungen, nur nicht, um die Erklärung zu haben. Nein, du sollst einfach zu viel und solltest damit aufhören. Ist ja, du bist halt schon, zumindest mir ging es so, und ich habe ja mitgekriegt, bei dir war es ähnlich und bei einigen, von denen ich gehört und gelesen habe, ist, du bist halt so mit Saufen, Karte und deiner Arbeit beschäftigt, dass natürlich A, die Arbeit erstmal drunter leidet, aber auch alles andere. Ich meine, Post aufmachen, viel zu anstrengend an einem Tag. Ja, es gab ja Tage, an denen war es zu anstrengend, vom Bett aufzustehen. Geschweige denn, zu arbeiten und dann sagst du halt, oh, ich habe heute Migräne oder sowas, ich kann heute nicht. Ja, und das wird natürlich A, immer mehr und B, gibt es halt immer wieder, gerade bei uns, insbesondere, also ich habe tolle Kollegen und halt insbesondere meinen Firmenmitinhaber, der das halt immer wieder auffangen musste und der das toll über Jahre hinweg sehr verständnisvoll immer gemacht hat, aber ich glaube, dass, also weißt du, auch da ist eine Geduld, verständlicherweise, endlich, und ich glaube, im umgekehrten Falle hätte ich mich selber wahrscheinlich schon länger vor die Tür gesetzt. Ja, das kann ich auch alles sehr gut nachempfinden, also so dieses, weil ich habe auch bis zuletzt funktioniert, ich habe bis zuletzt da meine Schichten absolviert, ich habe damals beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, ich habe nie eine Schicht verpasst, ich habe sogar auch immer wieder mal so Doppelschichten eingeschoben, weil die eine Zeit lang Probleme hatten, Leute zu finden und ich immer so gesagt habe, ich bin ja voll krass und klar, mir kannst du da, mir kannst du die Doppelschichten geben und so, um zu beweisen, ich bin funktionsfähig. Da ist aber nach und nach so viel auf der Strecke geblieben, der Kontakt zu meiner Familie, der Kontakt zu meinen Freunden und rückblickend betrachtet, war das qualitativ in Ordnung, aber lange nicht so gut, wie es hätte sein können. Ja. Also ich, ne? Ja, das kommt noch dazu. Also ich habe wirklich jetzt, also die letzte Zeit hatte ich eher ständig auch noch dieses schlechte Gewissen. Ich, weißt du, I'm not pulling my weight, wie der Engländer sagen würde. Ja, ich mache nicht nur zu wenig, sondern auch das, was ich mache, ist einfach nicht so gut, wie es sein könnte. Gleichzeitig kam aber immer wieder dieser Suchtgedanke, weißt du, pass auf, ja, so viel wie du gesoffen hast, ja, und du hast hier dieses Projekt mit aufgebaut, ja, das ist der, einer der erfolgreichsten Podcasts, war mal einer der zehn erfolgreichsten Podcasts weltweit und, 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 weißt du, dann kommt so diese ganze Eitelkeit und diese ganze Selbstgefälligkeit der Sucht raus und so eine, so scheiße. die nimmt sich alles, was sie kriegen kann, die Argumentation. Und so scheiße kannst du ja nicht gewesen sein, weißt du, was du alles hingekriegt hast, ja, auch wenn du ständig besoffen gewesen bist, ja, andere Leute kriegen das nüchtern nicht hin, so ungefähr. Und dann habe ich, kurz bevor ich dann, vielleicht war das auch so ein ausschlaggebender oder zumindest so eine, so Initialzündung, bevor ich auf, auf dein Angebot und deine Seite gestoßen bin, ich weiß nicht mehr, wo es war, habe ich wahrscheinlich auch irgendwo im Internet gelesen, wo jemand sagte, so paraphrasiert, ich wüsste ja gern mal, wie ich, also wie ich nüchtern bin, sowohl als Mensch, als auch wie, was, was würde ich nüchtern auf die Kette kriegen? Und das war auch so ein Gedankenanstoß, wo ich sagte, okay, ja, also ich trinke regelmäßig Alkohol, seit ich 16 bin, ja, also seit 30 Jahren. Ich weiß, wie ich bin, wenn ich Alkohol trinke, ja, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich nicht bin, ich weiß, wo ich ein Arsch bin und das ist an viel zu vielen Stellen, wenn man, wenn ich ehrlich bin, eben, weil dort halt auch, ich will das nicht alles nur mit der Sucht entschuldigen, aber die verstärkt halt sowas, wie auch, wie ich vorher meinte, und wenn dann André zum Beispiel mal völlig zu Recht irgendwas gesagt hat, dann war ich auch noch eingeschnappt, ja, weil kein, es versteht mich ja keiner auf dieser Welt. Genau, ja, genau und so weiter und wie bizarr und auf jeden Fall der Gedanke, zu dem ich kam, okay, ich bin jetzt 45, ich weiß, wer ich im besoffenen Zustand bin oder im Alki-Zustand, wenn ich noch jemals rausfinden will, wer ich bin ohne das Zeug und was ich kann ohne das Zeug, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen. Ja, und was ich halt auch so wichtig finde, der Erfolg, oder ich sag mal, der Erfolg, der sich so in Kennzahlen bemessen lässt, der mag ja da gewesen sein, aber Erfolg bedeutet ja auch, wie gut geht es den Beziehungen zu den Menschen, die dir am Herzen liegen und du hast da ja offensichtlich einen riesengroßen Schatz, mit dem du das gegründet hast, der es nicht verdient wie ein Arschloch bist, weißt du? Und du hast eine super tolle Community, die sich, das hat mein Bruder mir heute Morgen erzählt, total freut, wenn es euch gut geht. Das sind ja auch so wichtige Erfolgsindikatoren und das ist so gemein, weil das greift Alkohol halt so fast als erstes an, so deine psychische Gesundheit und dann eben auch so die Beziehungen zu den Menschen, die du eigentlich am allermeisten liebst und schätzt. Genau. Und auch die Menschen übrigens, die uns hier unterstützen, die Community, auch die hat bessere Arbeit zumindest von mir verdient, als sie die jetzt in den letzten Jahren bekommen hat, die das hier, ob es dein Bruder, der Capybara ist, was ich einen ganz netten Zufall fand, als wir uns unterhalten haben. Ja, fand ich auch lustig. Und die Leute haben auch sozusagen einen besseren Jochen verdient, weil die bezahlen ja auch dafür, ja, als sie den gekriegt haben. Und was dann der Alkohol eben macht ist, er sorgt dafür, oder jetzt in meinem Fall, ich will auch nicht generalisieren, wenn ich das irgendwo gemacht habe, dann aus Versehen, Entschuldigung, was er in meinem Fall halt gemacht hat, ist ein, ich wache morgens völlig verkatert auf, ich bin eigentlich an dem Tag zu, nichts mehr zu gebrauchen, ich nehme doch noch einen Podcast auf, fühle mich dann auch noch wie der Held vom Erdbeerfeld, ja, was ich heute heldenhaft alles noch irgendwie hingekriegt habe, ja, dann, und gerade, wenn ich dann sozusagen in so ein bisschen diese Selbstreflexion komme, so ein, naja, weißt du, die Leute, ja, ob jetzt ein André oder auch die Leute, die uns hier unterstützt haben, der André hat mal, hat mir mal vor ein paar Jahren zu Weihnachten ein Buch geschenkt, wo er heimlich unsere Community gefragt hat, schreib doch mal was Nettes zum Jochen, was schätzt du an dem? Und das hat er auch bei unserem anderen Kollegen gemacht. Und jetzt habe ich hier ein ganzes Buch liegen, wo nur tolle Dinge über mich drinstehen von der Community. Und das ist halt so, weißt du, so eine geile Community haben wir, die sowas macht, und dann füllt das wirklich ein 200 Seiten. Und in dem Moment, wo du dann drüber nachdenkst, Jochen, und du brauchst dich hier nicht wie der Held zu fühlen, weil du heute geschafft hast, verkatert irgendwie einen mittelmäßigen Podcast aufzunehmen. Und was passiert dann? Dann sagt der Alkohol, naja, dann bin doch ich da. Wir können, also das können wir doch jetzt heute Abend, was, jetzt trinken wir erstmal einen, ja, dann fühlst du dich nicht mehr so schlecht und so weiter. Und dann, also, weißt du, bevor du dann, zumindest bei mir war es so, weißt du, jedes Mal, wenn ich dann angefangen habe, ein schlechtes Gewissen zu kriegen, wo ja dann sich quasi der gesunde Teil des Geistes meldet und sagt, ja, und so kann das nicht weitergehen, ja, dann kommt die Sucht und sagt, doch, 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 so geht das schon weiter. Jetzt trinken wir erstmal ein paar und dann geht es dir wieder besser. Ja, genau. Und deswegen, und das ist, glaube ich, auch so ganz interessant, es geht gar nicht darum, ich will das jetzt gar nicht alles auf die Sucht schieben und so weiter. Also, es geht gar nicht darum, dich da jetzt aus der Affäre zu ziehen. Ich glaube, es ist ganz gut rübergekommen, dass das halt, so funktioniert Sucht halt, so zerstört Sucht nach und nach, so die Lebensgrundlage und dafür übernimmst du ja jetzt auch Verantwortung und das ist ja mega. Ja, das ist auch, das habe ich jetzt tatsächlich auch erst neulich in einem ganz anderen Kontext gelesen, dass es halt, und wo ich auch gesagt habe, ja, also mir persönlich leuchtet das ein, ist halt so dieser Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Der Alkohol war vielleicht Schuld dran, ja, dass ich mich so verhalten habe und dass die Dinge passiert sind, aber verantwortlich dafür, egal was dir in deinem Leben für einen Shit passiert, ja, Schuld ist der Shit, aber verantwortlich, wie du mit dem Shit umgehst, bist du selber, weil das macht halt niemand anderes für dich und in dem Fall, das ist halt, weißt du, ich bin verantwortlich für den Krempel, den ich gemacht habe, über viele Jahre hinweg und den, den ich scheiße gemacht habe. Wir reden jetzt aber drüber halt eben, wie kam es dazu, dass das überhaupt passiert ist, weil ich glaube, Alkohol bei den meisten Leuten halt nicht, auf Dauer zumindest nicht, das Beste in diesen Menschen vorbringt, sondern, und ich fand es auch interessant, wie viele Leute eben, wie du jetzt auch gesagt hast, ja, diese Selbstgefälligkeit, das Selbstmitleid und all das, das ist bei, bei, bei nahezu allen Menschen, von denen ich jetzt gelesen habe in den letzten Wochen, gehört habe, auch bei dir im Podcast, die sagen ja unisono sozusagen, das Krankheitsbild ist sehr identisch. Ja, diese Gereiztheit, also bei mir hat das meine Mutter immer gesagt, so, boah, man kann dir nichts sagen, ne, du Sturraste, du gehst sofort an die Decke und wirst so fies und so gemein und das, also da muss ich auch sagen, wenn er heute, ich bin halt gar nicht mehr so, und ich war nie so, das, das ist echt, das ist so interessant oder ich war zum Beispiel eben auch super melancholisch und traurig und habe ja nicht umsonst Hermann Hesse zitiert, weil ich dachte, also so insgeheim oder wenn es hart auf hart kommt, dann sind doch alle allein und auf sich gestellt und so und das sehe ich heute völlig anders, wirklich, bin der festen Überzeugung, nein, wir sind nicht allein und Menschen wollen Verbindung und Vertrauen und so, ne, und das sind alles so Dinge, die Alkohol mit der Psyche macht und das muss unbedingt in die Köpfe, es ist nicht nur irgendwie gefährlich, weil es Leberkrebs oder Demenz oder so oder Krebs vor allem auch auslösen kann, sondern es schlägt halt auch massiv auf die Psyche und das verändert Persönlichkeit. Ja, krass, also das, genau das selber meine Mutter hat vor ein paar Jahren auch zu mir gesagt, ja, man kann dir ja gar nichts mehr sagen, ohne dass du sofort aus der Haut fährst und was war natürlich meine Reaktion drauf, ja, heute gucke ich zurück, aus der Haut fahren, natürlich, wie, also, was denkst du denn, was ich mache, wenn du mir sowas an den Kopf haust oder so, also ich war natürlich völlig indigniert, ja, wie kann man es wagen, ja, Kritik zu üben, wissen die Leute nicht, dass es mir eh schon nicht gut geht, ja, und was ich nicht alles mache und auf mich nehme und, du auch noch, ja, genau, und diese, also diese kranke Mischung zwischen Selbstüberschätzung und, und, und komplettem, komplettem Selbstmitleid ist, ja, die, die bringt nichts Gutes raus. Wie hat denn André reagiert eigentlich, als du ihm das erzählt hast, dass du aufhörst? Ähm, er hat, glaube ich, geschrieben, ich glaube, seine, seine wörtliche Sache war cool und, ähm, seitdem, also André ist auch jemand, der fragt jetzt nicht irgendwie ständig nach, was ich ja bei Menschen sehr schätze, ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich sowas habe und, weißt du, wenn ich jetzt im Freundeskreis jemanden hätte, der mir jeden zweiten Tag, und wie geht's dir heute, ja, und, und was macht die Abstinenz immer noch schön dabei oder so, dann, dann fände ich das eher, fände ich das eher nervig und nicht hilfreich, ähm, äh, aber wir haben jetzt noch gar nicht so groß in den letzten Wochen drüber gequatscht, ich hab's nur mal so immer mal wieder am Rande in Gesprächen zwischen uns so ein bisschen fallen lassen, er weiß auch, dass dieser Podcast jetzt entsteht, er wird ihn jetzt im Anschluss auch hören, weil ich gesagt hab, äh, der Erste, der ihn hören sollte, bist du und danach erst die Menschen dort draußen, ja, aber das ist jetzt halt die Reihenfolge, weil er hat wirklich den, den allermeisten Shit abgekriegt, meine Damen und Herren, ähm, also ich glaube nicht, dass er auch nur eine, eine Ahnung davon hat, wie viel ich in den letzten Jahren getrunken hab und das Schlimme ist, ich sag das immer noch mit ein bisschen Stolz. Ja, warte mal ab, was er sagt. Ja, das Schlimme ist, ich weiß nicht, da ist man vielleicht auch überrascht. Ja, vielleicht, nein, aber ich sag immer noch mit ein bisschen Stolz, wie viel ich getrunken hab, weißt du, dieses, dieses im Jugendlichen schon rein sozialisierte Vielvertragen, du bist schon nicht der Mann. Ja, das wird wohl, wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich das rauskriege. Ähm, ich bin gespannt, was er, was er, was er sagen wird. Also ich schätze, dass er das nicht eingeschätzt hat, wie viel ich getrunken hab. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er mir jetzt auch im Nachhinein, ach Gott sei Dank, endlich ist das raus. Ich hab mir schon die ganze Zeit gedacht. Also ich bin, ich bin gespannt. Das würde ich gerne noch, schreib mir das mal im Anschluss. Gerne. Das, das würde mich noch interessieren, wie viel er davon mitbekommen hat. Also bei mir war das eher so, dass die Menschen, die mir nahestehen, mitbekommen haben, dass es mir immer schlechter geht. Und wie verzweifelt ich bin. Ich hatte eine Freundin, die zu mir gesagt hat, ey, ich kenn niemanden, der so lost ist, wie du. Aber die haben das eben an anderen Faktoren festgemacht. Also meine Freundin damals, die dachte zum Beispiel, das liegt daran, dass ich, ich hab mich ja durch halb München getindert und es ist nie was draus geworden. Ich wollte unbedingt einen Partner. Und die dachte, das liegt daran, dass ich halt keinen Mann finde. Und meine Mutter dachte, das liegt daran, dass ich mich zu dick fühle. Und beides waren durchaus so Schmerzpunkte in meinem Leben. Aber das war halt nicht der Grund, warum ich so lost war. Also ich glaube, also meine Vermutung wäre, bei André ist das tatsächlich ziemlich ähnlich. Und ich glaube, bei meinen Freunden, denen ich es jetzt bislang erzählt habe, ist es auch, war es auch ziemlich ähnlich, dass sie schon gemerkt haben, mir geht es nicht gut. Ja, aber das ist auch an anderen Aspekten. Ich glaube, André, mit dem habe ich zum Beispiel damals auch viel drüber geredet, als ich die Auszeit genommen habe und so, dass es mir psychisch überhaupt nicht gut geht. Ich nehme an, ja, und es wird auch, weißt du, André, wenn du jetzt zuhörst, ja, es ist kein André-Problem. Ja, es wird eher daran liegen, wie ich das jahrelang verpackt habe. Aber es wird auch schon, weißt du, ich werde ihm auch schon so zu verstehen gegeben haben, ja, mir geht es halt psychisch nicht gut. Und weil, natürlich, weißt du, in dem Moment, wo ich jetzt gesagt hätte, und außerdem sauf ich zu viel, hätte ich ja zugegeben, dass ich ein Problem habe und ich hatte ja kein Problem. Ich hatte auch einen Freund, mit dem ich die letzten, die letzten Monate so zusammengelebt habe und der meinte auch, wie konnte ich das denn nicht sehen? Wie konnte ich es denn nicht sehen? Ich meine, klar habe ich gesehen, dass du da in unserer Küche sitzt und Wein trinkst, aber ich dachte halt, ja gut, die ist halt kreativ. Ja. Und das ist eben auch, das ist halt so normal, dass nicht nur wir da sitzen und die Augen geöffnet bekommen und denken, oh my God, how could I not see it? So ungefähr. War das korrektes Englisch? Ja. Wie konnte ich es nicht sehen? Und aber das trifft ja für die Menschen in unserem Umfeld genauso zu. Ja. Die sind ja genauso groß geworden in einer Welt, die Alkohol verharmlost und verherrlicht. Und ich glaube, es ist auch, das habe ich jetzt auch mitbekommen, im Freundeskreis so ein bisschen weniger auf mich persönlich gespiegelt, sondern man hat zum Beispiel eine Freundin gesagt, ja, ich habe ja auch noch hier seit langen Jahren einen anderen Freund noch so aus Schulzeiten, der hat auch schon immer ein Alkoholproblem. Und ich glaube auch, wenn du jetzt mitkriegen würdest, eine Freundin, die hat ein Problem, es ist auch einfacher, als an was festzumachen, weil du möchtest nicht, dass jemand ein Alkoholproblem hat. Weil wie gehst du denn damit als Freund, Freundin oder auch als Familienmitglied um? Weil du kennst ja auch dann nur dieses, jetzt muss ich dir ja wahrscheinlich sagen, die muss jetzt abstinent werden und zu einem anonymen Alkoholiker gehen. Das ist ja so ein übergriffiger Eingriff. Ich glaube, es ist einfacher, auch für Menschen, die einem nahestehen, zu sagen, ja, es wird nur das Gewicht sein oder sie ist halt so schüchtern oder sowas, weil es auch für die halt eine fiese Diagnose wäre. Ja, mittlerweile geht das ja ganz gut mit, hey, guck mal hier, ist ein Podcast, den kannst du dem anhören, coole Folge. Aber ja, du hast vollkommen recht, es ist schwierig, das zu sagen, schwierig, das anzusprechen. Was sollen, ich habe gehört, dass deine Hörerinnen und Hörer euch alle möglichen Biersorten geschickt haben. Was können sie euch denn jetzt am besten schicken? Selbstgemeiner Kaffee? Kaffee ist super. Duftkerzen? Duftkerzen sind super. Sind für das Team. Genau, unser Mitarbeiter Dom, der liebt Duftkerzen, ja, mit Katze auf dem Schoß und Duftkerze auf dem Schreibtisch podcasten, ja, ist super. Also Duftkerzen auch gut bei mir. Kaffee, Katzen? Ja, Kaffee, Kaffee immer gerne gesehen. Wir werden den Podcast jetzt trotzdem nicht umbenennen, glaube ich. Vielleicht sehe ich das in einem halben oder dreiviertel Jahr anders, sondern ich würde jetzt tatsächlich gerne in Zukunft einfach ein bisschen dazu übergehen, nicht das Thema irgendwie tot zu schweigen, sondern wir müssen jetzt auch nicht in jeder Folge darüber reden, wie schlimm irgendwie Alkohol ist, sondern ich wollte das jetzt halt machen, einmal, um es mir a, ganz egoistisch ein bisschen von der Seele zu reden, b, weil ich, wie ich eben schon auch gesagt habe, ich auch glaube und es ist ja auch nichts, dafür, dass man sich schämen muss und vielleicht ist das auch so ein bisschen mir selbst beweisen, ja, dass es nichts ist, wofür man sich in irgendeiner Form schämen muss, dass man dieses Problem hatte. Auch natürlich ein bisschen die Menschen dort draußen, die uns wohl gesonnen sind und uns über so viele Jahre begleitet haben, darüber zu informieren. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der jetzt zuhört, ja, und wenn es auch nur einer ist, der jetzt vielleicht oder die jetzt vielleicht für sich den Punkt zieht und sagt, naja, vielleicht lese ich auch mal Nathalies Buch oder höre ihren Podcast, vielleicht kriege ich da ja auch einen Anstoß, der für mein Leben wichtig wäre. und vor allen Dingen sozusagen zum Abschluss vielleicht, was mir halt einfach echt ganz wichtig ist, ist, dass meine ganze Sicht auf ein alkoholfreies Leben nur Bullshit war. Wirklich nur. Also mir geht es seit fünf Wochen so gut, wie es mir seit, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 20 Jahren nicht gegangen ist. Also sowohl körperlich als auch geistig. Mir geht es so gut. Und so gut ging es mir auch nie, wenn ich so Zwischenphasen habe, eine Woche nichts getrunken, weil natürlich, da hat ja die ganze Zeit der Alkohol noch in meinem Geist gerattert und hat gesagt, wann bin ich mal wieder dran. In dem Moment, wo ich gesagt habe, du bist nie wieder dran. Also ich will nicht sagen, das Leben wird Einhörner und Regenbögen, weil das Leben wird nie nur Einhörner und Regenbögen, aber es gibt mehr Einhörner und mehr Regenbögen als vorher. Das Leben ist nicht einfacher, aber leichter. Oh ja, das sagt es. Und es ist so viel, auch teilweise lebenswerter. Allein die Zeit, die ich jetzt habe, die Zeit, ja, also dieses ab 18, 19 Uhr fange ich nicht an irgendwie zu trinken und dann ist alles nur noch irgendwie mit trinken und am nächsten Tag brauche ich erst mal drei oder vier Stunden, bis ich irgendwie wieder, bis ich irgendwie wieder halbwegs in der, in der Spur bin und ich schlafe sowieso länger und viel schlechter, als wenn ich keinen Alkohol trinke. Also diese ganze Idee von ich sitze da in der muffigen Turnhalle und spiele irgendwie Jesus Ringelpiez mit den anonymen Alkoholikern, kann man machen. Ich will nichts gegen die anonymen Alkoholikern, nicht falsch verstehen. Die haben vielen Leuten geholfen, wäre jetzt halt nichts für mich. Wo ich gesagt hätte, ich glaube nicht, dass das was wäre, mit dem ich glücklich werde, aber in meinem Kopf war, ja gut, das ist das Einzige, was du machen kannst. Dann bist du dieser trockene Alkoholiker und so. Nein, nein, nichts davon muss ich sein, wenn ich das nicht sein möchte. Ich kann auch einfach, wie jetzt in meinem Fall, aufhören. Ich muss mich dieser Kategorie nicht zugeordnet fühlen. Wem das hilft, super, aber ich bin kein trockener Alkoholiker. Ich bin kein Alkoholiker. Für mich ist ein Alkoholiker jemand, der ein Alkoholproblem hat. Ich hatte eins und jetzt habe ich keins mehr. Ich beglückwünsche dich zu diesen ganzen Erkenntnissen, zu dieser Entscheidung und, oh Gott, ich wünsche dir so viel Einhorn und Regenbogen, das kannst du dir gar nicht vorstellen und ich wünsche eurem Projekt alles Gute und du hast ja offensichtlich wirklich so eine Mega-Community. Auch der wünsche ich alles Gute und es hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen. Natalie, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Meine Damen und Herren, ich werde auch bei Gelegenheit, ich glaube im Oktober, bei Natalie mal im Podcast sein. Bis dahin kann ich euch aber auch dann, wenn ihr gar nicht mit dem Alkohol aufhören wollt oder vielleicht schon aufgehört habt oder eh noch nie Alkohol getrunken habt, den Podcast nur wärmstens ans Herz legen. Da gibt es wirklich super viele, einfach super spannende, persönliche Geschichten von Leuten, die mit dem Alkohol aufgehört haben und die einfach von absonderlich bis besonders bis berührend tolle Geschichten zu erzählen haben. Natalie, danke, dass du hier warst. Dankeschön. Vielen Dank.